hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren tutorial von ittweak in diesem video geht es um ein problem das o2 kunden seit einiger zeit haben das betrifft den o2 unlimited tarif mit zehn gigabyte eventuell auch noch andere wo er pro tag zwei gigabyte immer hinzubuchen könnt dazu müssen die nutzer eine sms an die 80 112 schicken das problem an dieser sache ist dass der ländercode aber immer davor geschrieben wird automatisch das liegt an der google sms app jetzt könnte man natürlich sagen gut dann nehme ich halt eine andere aber es geht definitiv noch einfacher also wenn ihr von dem problem betroffen seid dann zeigen wir euch jetzt wie das funktioniert im normalfall würde jetzt eine neue sms eingeben da seht ihr auch schon das problem wenn ihr den besagten code hier eingebt 80 112 wird daraus automatisch plus 49 812 wenn ihr jetzt allerdings vor dieser 80 112 nochmal ein plus hinzufügt dann verschwindet auch unten die plus 49 und wenn jetzt da eure nachricht mit weiter eingebt und das ganze abschickt dann sollte es wieder funktionieren damit sind wir durch mit der anleitung wenn euch das video geholfen oder gefallen hat gerne einen daumen nach oben und den kanal abonnieren ich bin damit raus und sage bis zum nächsten video